kommen wir nun zum sponsor des heutigen videos das ist g2a da könnt ihr mit dem code under 3 prozent beim spielekauf sparen schaut einfach mal in die video beschreibung für mehr details und nun zum video so mein lieben freunde herzlich willkommen zu einem neuen gameplay wir spielen heute mit dieser klasse und zwar das ist die burin mk9 eine ziemlich bescheidene challenge um die waffe zu bekommen es ist so das ding erfordert kills wenn ihr im rauch steht also die challenge ist ein bisschen komisch beschrieben irgendwie dass der gegner im rauch stehen muss aber ich habe es so gemacht ich habe mich auf shipment hingestellt mit irgendeiner mg also m 91 oder mit der wie heißt pkm einfach nur aus der hüfte geballert und hat immer smoke vor mich geschmissen und im smoke die leute weggeballert dann ging das aber das war ziemlicher abfahrt ihr seht ich bin schon level 59 also schon ziemlich weit mit dem ding und ich zeige euch mal kurz die attachments die ich drauf habe ich habe den xrk somit 26,8 zoll der bietet eine effektive reichweite dafür geht natürlich das ganze andere zeug wie zv und so weiter runter aber dafür habe ich die reichweite spiele ich mit einem mini reflex ohne schafft gemustertes griffband für die zv geschwindigkeit und das 60 schuss magazin reicht für den normalen sage ich mal team deathmatch herrschafts modus aus als zweier rocke ich eigentlich meistens die overpowered snake shot aber nicht im multiplayer sondern im multiplayer nämlich häufig die m9 also die renetti und perks idee eingeblendet zu uns einfach mal ein game oder guck mal wie das ding so performt oder let's go atlas superstore ich weiß nicht was mit den lobbies momentan los ist aber ich finde einfach so schlecht eine lobby ich weiß nicht was die entwickler sich dabei denken das ist für mich ist es nicht frechheit was die mit dem geld anstellen das ist keine ahnung server sind einfach so was von legge egal ob du war sohn oder ob du das spiel spielst unglaublich 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 playstation controller fühlen sich einfach im vergleich zu xbox controller ganz ganz anders an kannst du sagen was ich bin kein fan von playstation controller bin ich bin ich einfach ja bin ich einfach nicht und ich glaube das werde ich auch wir beide werden nie freunde noch mal kurz aufgestützte kills machen drei zwei eins und keiner keiner kommt über der mitte ist nämlich verkack eiern ist da echt niemand doch da leute hier seht ihr den absoluten kämpfer pass auf er holt mich jetzt bestimmt ich habe ihn geholt ich habe ihn geholt leute absoluten kämpfer das gibt es nicht da ist der nächste ich weiß ich verstehe solche leute nicht warum spielen die so warum die sind dann auch noch gerade damit erfolgreich ich glaube sie sind schon wieder woanders gespawnt was kaltest du denn schon wieder nach die hocken nicht ernsthaft schon wieder da oben da hinten alle da hinten da kommt einer wenn er denn kommt zwei kommt nicht mal eine sekunde zu spät die drohne gepinkt sonst hätte ich ihn gehabt unglaublich unglaublich was ist denn das für einer schau euch den an oh ja ich sneaker ganz langsam vorwärts es ist so eklig wie manche leute dieses spiel spielen das ist einfach nicht mehr feierlich mal der kämpfer noch wie ich den einschätze ich wusste es da kommt bestimmt gleich einer ich war ja am besten noch ein bisschen lauter kommt er der kommt nicht oder doch er kommt lass mal gucken ob da oben welche kämpfen aber sie sind da unten schon mal darüber schnappen wir uns der nächste kämpft bestimmt wieder oben oder lass mich raten glück gehabt dass ich da so schreien muss hinter mir das andere ist über mir da kommt einer was meine Waffe haben nicht geschossen ey ich liebe es ey der VTOL naja hau mal raus den VTOL komm let's go VTOL let's go VTOL let's go VTOL wo war der Typ wo war der hat ihn geholt hat ihn geholt da bist du mein Gegner der VTOL ist so laut immer keine Ahnung ob da welche sind feind im Zentrum da oben ist einer da war auch einer Ton und Lackauf war hinter mir oh Teammate er geht da mit dem Bogen durch das ist halt was was ich wieder so absolut feier Teammates die was tun feier ich let's go let's go let's FIFA fucking go pass auf da kommt einer pass auf dass da keiner kommt ja du bist hinter mir und das ist echt in der Ecke der Typ pusht mich sehr verrückt nein ich habe ihn nicht gesehen das gibt es nicht das gibt es nicht ärgerlich da war doch einer ich kann nicht durchschießen ich dachte ich kann da durchschießen immer noch oben einer drauf ich geh halt hoch bam 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 macht er bam 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 alter die sind zum Glück nicht so overpowered wie in Warzone hier sind sie noch einigermaßen du musst noch einigermaßen genau sein also von dem her aber ihr habt mal extrem gesehen wie gut die LMG oder beziehungsweise das LMG performt geiles Ding ich mag es ich mag es einfach 26,6 ja was tschau da 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 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again